Hallo, zusammen! Mein Name ist Bruno Marquez und ich bin Ihr Englischlehrer. Ich möchte diesen Kurs damit beginnen, euch zu fragen, Leute, Habensee-Frage-in-Zoom-Course? Oder Fragen zum Deutsch lernen oder zu einem schwierigen Grammatikthema, das sie verbessern möchten. Ja, Lehrer. Ich muss Ihnen bitte eine wichtige Frage stellen. Darf ich? Sicher. Calmer. Kommen Sie hierher, damit Ihnen bitte alle zuhören und auch die Antwort erhalten können. Hallo, Lehrer. Schön, Sie kennenzulernen. Mein Name ist Joshua und ich habe eine Frage. Es ist mir eine Freude, Joshua. Sagen Sie uns, was ist Ihre Frage? Wie kann ich dir helfen? Ich möchte wirklich etwas wissen. Alle Lehrer, die wir uns gesagt hatten. Man muss auf Deutsch denken. Und ich weiß, dass es wichtig ist, auf Deutsch zu denken, um auf Deutsch zu sprechen, aber wie machen wir das? Alle unsere vorherigen Lehrer haben uns gesagt, dass wir auf Deutsch denken sollen, aber sie haben uns nie gesagt, wie das geht. Oh, ich weiß, was du meinst, du und ich ja. Du hast rekt. Lehrer sagen einem normalerweise nicht, wie. Nun, ich hoffe, dass alle aufmerksam sind, denn ich werde Ihnen sagen, wie man auf Deutsch denkt. Das Denken in einer Fremdsprache ist unerlässlich. Es erhöht die Sprachkompetenz und ermöglicht es Ihnen, mit Menschen in Kontakt zu treten. Aus unterschiedlichen kulturellen Hintergründen. Sie müssen nicht unbedingt in ein deutschsprachiges Land umziehen. Wenn Sie bereits über grundlegende oder mittlere Deutschkenntnisse verfügen, verwenden Sie kein zweisprachiges Wörterbuch. Ich erinnere mich, dass ich Stunden damit verbracht habe, Wörter und Definitionen in einem rein deutschen Wörterbuch nachzuschlagen. Ich bevorzuge Papierwörterbücher, da ich mir damit Wörter besser merken kann, aber das hängt von Ihnen ab. Wenn Sie nach einem Wort suchen und Seite für Seite umblättern, wiederholen Sie es ganz natürlich im Kopf. Wenn Sie die Bedeutung gefunden haben, erinnern Sie sich an das Wort. Es ist wunderbar. Ändern Sie außerdem eine der Geräte oder Anwendungseinstellungen auf Deutsch. Es hilft wirklich. Es gibt viele Dinge, die Sie täglich in Ihrem Leben nutzen, wie zum Beispiel Mobilgeräte, Facebook, Einkaufslisten und Kalender. Wählen Sie jeden Tag eines dieser Dinge und ändern Sie die Einstellungen auf Deutsch. Man muss sich daran gewöhnen, mit Ihnen auf Deutsch umzugehen und wenn es Schwierigkeiten gibt, einige Menüs oder Wörter zu verstehen. Übersetzen Sie sie, um Ihre Bedeutung zu verstehen. Es erfordert harte Arbeit, aber es lohnt sich. Was sonst? Oh, es ist wirklich hilfreich, ständig mit sich selbst zu reden. Ich weiß, es mag verrückt klingen, aber es funktioniert wirklich. Wenn Sie dies tun, stellen Sie sich vor, dass Sie mit jemand anderem sprechen. Sie stellen Fragen und denken über Antworten nach. Dies ist eine großartige Möglichkeit, zu üben, was Sie in einem echten Gespräch sagen könnten. Nehmen wir zum Beispiel an. Eine imaginäre Person stellt Ihnen eine Frage wie Was denkst du heute über den Deutschvortrag? Wie würden Sie antworten? Stellen Sie sich das Gespräch vor und üben Sie es in Ihrem Kopf. Sie können es laut oder leise tun. Oder ich habe mich immer gefragt, wie war dein Tag heute? Und ich musste antworten. Oh, mein Tag war nicht gut. Ich hatte ein Problem bei der Arbeit. Ich habe etwas Geld verloren und das Essen war schrecklich. Sie können über viele verschiedene Themen sprechen. Es ist, als hätte man immer einen Partner zum Üben. Oder Sie können auch auf Deutsch über eine Situation nachdenken. Ja. Wählen Sie im Laufe Ihres Tages eine Ihrer Situationen oder Aktivitäten aus und denken Sie auf Deutsch darüber nach. Du triffst heute zum Beispiel deine Freunde. Denken Sie von A bis Z über diese Situation nach, aber auf Deutsch. Was Sie anziehen, welche Transportmittel Sie nutzen, wo Sie Ihre Freunde treffen und so weiter. Wiederholen Sie diese Übung täglich und wählen Sie verschiedene Situationen. Es kann lustig sein. Beschreiben Sie unbekannte Wörter. Eine weitere Übung, die wirklich hilft, besteht darin, in Ihrem Kopf Objekte zu beschreiben, für die Sie keine Worte kennen. Ein Beispiel wäre, wenn Ihnen das Wort Garage nicht einfallen würde. Wenn Sie sich Ihr Haus ansehen und Ihre Garage sehen, Ihnen aber der Name auf Deutsch nicht einfällt. Sie können sagen, der Ort, an dem ich mein Auto abgestellt habe. Oder Sie können sagen, es ist neben meinem Haus, ich bewahre die Dinge dort auf. Sie können auch kürzere Formulierungen verwenden, wie zum Beispiel es ist ähnlich wie, oder es ist das Gegenteil von. Denken Sie außerdem in Sätzen. Wenn Sie beispielsweise in einem Park sitzen, können Sie sich Dinge sagen wie, Es ist so ein wunderschöner Tag und die Leute treiben Sport mit ihren Freunden. Normalerweise mache ich das. Und noch etwas Wichtiges. Versuchen Sie, diese Sätze zu sagen oder die Wörter zusammenzusetzen, ohne zu viel darüber nachzudenken, ob sie absolut richtig sind. Es wird Ihnen helfen, Ihre Sprachkompetenz zu verbessern. Es klingt vielleicht auch etwas verrückt, aber es ist eine tolle Übung. Beschreiben Sie Ihren Tag. Ich habe dir schon einmal etwas darüber erzählt. Beschreiben Sie Ihren Tag. Ich bin heute sehr spät aufgewacht. Ich nahm den Bus und kam zu spät zur Arbeit. Ich habe Brathähnchen gegessen. Oder planen Sie auch Ihren Tag. Zum Beispiel. Wenn ich das Haus verlasse, hole ich mir einen Eiskaffee. Dann fahre ich mit der Bahn zum Unterricht. Ich lerne heute mit Paula. Sie sagte, sie hätte für 14 Uhr ein Lernzimmer gebucht. Hier kann sie verstanden. Dies wird Ihnen sehr dabei helfen, Ihr Deutsch zu verbessern. Viele Studenten schreiben nicht gern, weil wir heutzutage über Technologie verfügen, die dabei hilft. Aber Sie müssen sich Notizen machen. Und ich werde Ihnen sagen, warum Sie das tun sollten. Bei all diesen Übungen gibt es natürlich Wörter und Ausdrücke, die Sie nicht kennen. Irgendwann müssen Sie also ein Wörterbuch verwenden, wenn Ihr Fähigkeitsniveau hoch genug ist. Sie könnten die Verwendung eines Deutsch-Deutsch-Wörterbuchs in Betracht ziehen, wie ich dir bereits erzählte. Wenn Sie ein Notizbuch führen, können Sie sich an die Situation erinnern, für die Sie dieses Wort oder diese Phrase benötigten. Dadurch können Sie sich leicht daran erinnern, wann Sie sich erneut in einer solchen Situation befinden. Üben Sie es schließlich täglich. Wie viel Zeit sollten Sie für diese Übungen aufwenden? Nun, machen Sie jeden Tag ein wenig. Wenn Sie es also jeden Tag tun, immer und immer wieder, Stück für Stück. Das ist der Schlüssel. Denn wenn du Dinge zur Gewohnheit machst, dann tauchen sie einfach in deinem Kopf auf. Ohne nachzudenken und dann, bevor man es wirklich merkt, denkt man auf Deutsch. Verfolgen Sie Ihre Aktivitäten zum Erlernen der Sprache. Sie sollten Ihre täglichen Aktivitäten im Auge behalten. Bezogen auf die deutsche Sprache, kontinuierliche Nachverfolgung wird Ihnen helfen, sich weiterzuentwickeln. Und geben Ihnen das Gefühl, etwas erreicht zu haben. Hören Sie also nicht damit auf und machen Sie weiter mit dem, was Sie erreicht haben. Ich hoffe, diese Tipps können dir helfen, auf Deutsch zu denken, Joshua. Was denken Sie? Nein, es ist mir ein Vergnügen, wenn Sie Fragen haben, lassen Sie es mich einfach wissen, indem Sie dieses Video kommentieren. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.